Wo fahren wir hin? Am Rottenburg. Warum? Weil wir doch keine Stadtführung machen. Ja, und? Warst du schon mal in Rottenburg? Ja, gut. Und gehen wir auch zum Bischof? Nein. Ach gut, Alter. Wir sind doch der Wischgläubig. Habt ihr aber einen neuen Hund? Einen neuen? Ja. Wart ihr schon mal in Rottenburg zu einer historischen? Nein. Nicht? Warum nicht? Ist doch so nah. Also ich war da schon in dem Kaffee. Im Kaffee, ja. Gut, da freue ich mich auch drauf. Ja, das ist sehr lecker. Dein Auftrag für den Nächsten. 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 ... Der aboligee Dein Auftrag für den Nächsten. Und wir sind dann hier zurück. Und jetzt haben wir noch drei Minuten oder so nach 50 Minuten. Also ich denke, wir sind in der 5-50 Minuten, wir sind immer drin. Ich wünsche Ihnen allen Städten Gute. Und dieses ist normal, weil es ist noch zu heilen. Ich wünsche Ihnen allen Städten Gute. 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 Ich wünsche Ihnen allen Städten Gute.